Musik So sitzt hier gerade auf dem kleinsten Balkon der Welt Aber Wetter ist schön Ich verspende nicht, dass wir hier ins Wasser Verpiss dich Verpiss dich Ich guck gerade Knossi hör auf Oh ja Vor allem die kommt jetzt Werbung in dem Scheiß-Stream Weil du am nerven bist, die haben das gemerkt Was machst du da? Bei der Leid Scheiße Kannst du dich erschrocken? Ja Sorry Du hast gesagt, dass deine Wohnung scheiße ist Ich glaube, ich habe 50 die Frasche AHHHHH AHHHHH Hahahaha Du weißt, ey Ich gehe jetzt Verpiss dich Darf ich nicht doch bleiben? Nein Bitte Ne Ich habe mir die Tür auf den Kopf gehauen Wir sehen uns Wir sehen uns Die gefährlichste Treppe der Welt Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Etwas live auf Twitch Schaut gerne mal vorbei Twitch nie Offizial Und danach denke ich Werden wir noch was schönes machen draußen Auch wenn Sonntagabend ist So, heute müssen wir den Gewinner picken YouTube Und ist drinnen Get Comments Wir haben 34 Teilnehmer Und starten jetzt hier unten das Raffle Bin gespannt, wer gewinnt Und ob der Gewinner diesmal dabei ist Und es ist Schloss Moin, habe alles gemacht Insta Warum schreibt denn der Insta rein? Wir brauchen sein Epic Ich hoffe, er heißt auf Epic Too easy for me Wir hoffen es Wie ich es vermutet habe Kein Too easy for me In meiner FA-Bar Fortnite NES-Nigo heißt ich dort Ja, dann müssen wir uns einen anderen holen Und start Winner ist Homeday Nice Video Mach weiter so Ich fühle dein Video So, in meiner FA gibt es auch niemanden mit dem Namen Ram Ellis Ich habe keinen davon in der FA Kann ich nicht schenken Einmal versuchen wir das Ganze noch Wenn nicht Ja, machen wir es wieder am nächsten Video Dreimal heute die Chance Niemand hat mir geschafft die FA zu schicken Leute Ihr müsst mir die FA schicken, sonst passt das nicht Jahu Moin, alles gemacht Freue mich auf den nächsten Vlog Amado NoSkin Warum schreibt ihr alle euren Insta rein Leute? Soll ich Ich habe gesagt Ihr müsst mir auf Instagram folgen Nicht, dass ihr euren Insta-Namen rein schreibt Ihr müsst mir In den Fortern Müsst ihr in den FA schicken Damit ich euch das schenken kann Und nicht euren Insta rein schreiben Wenn ich sage, ihr müsst mir auf Insta folgen Deswegen Wir gucken jetzt Ob diesen Almed NoSkin In der FA gibt Ob ich ihm das schenken kann Und wenn nicht Schreibt jetzt auf alle Fälle Schon mal in die Kommentare Euren Fortnite Namen Den Epic Namen Müsst ihr in die Kommentare schreiben Und mir eine FA schicken N E S Unterstrich Nigo Offizial Ansonsten geht das nicht Leute Und dann müsst ihr mir auf YouTube folgen Also ein YouTube Abo dalassen Ein Insta Abo dalassen Und natürlich den Stream geliked haben Aber euren Insta Namen Da bringt mir nichts Wenn ich euch was ein Fortnite schenken will Leute Und ihr müsst mir auf Instagram Ein Foto schicken Dass ihr meinen Creator Code Nigo Offizial im Shop eingetragen habt Das ist mein Code Eintragen Und so halte ich den Fortnite Hi So spielen wir nochmal mit Sam draußen Die Hannah ist auch da Ich habe noch so eine geile Grillfackel mitgenommen Lecker Sam willst du den Stab ablecken? Komm mal her So Leute Hier ist jetzt die Ziellinie Wir haben jetzt die Hannah dabei Und jetzt gucken wir wer schneller ist Der Sam oder ich Wir laufen wieder von ganz da hinten Sieht aus als hätte ich mal eine Hand da Von ganz da hinten laufen wir wieder Bis hier Wie viele Meter sind das? 200? 300? Immer im Dreh ne? 4.000 Meter sind das Und Ja Und die Hannah ruft den Sam Damit der Sam ganz schnell läuft Und die Ich bin so caught in this We're so lost Deep in it Can't stop Ich bin forever the one you call Let's free fall Ich bin so caught in this We're so lost Deep in it Can't stop Ich bin forever the one you call Let's free fall Alright It's ok Yes lass dich doch nicht immer von der hannah verarschen komm doch mal zum lieben guck mal komm doch mal zum lieben nicolas der gibt dir immer eine ganz große kekse du verarscht den ja auch immer wieder ganz relaxed zu hause ich gucke jetzt noch zwei folgen ungefähr von meiner lieblingsserie momentan und dann heißt es auch wieder dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten blog der hintergrund geräusche sehr laut bis morgen 20 uhr danke fürs zuschauen like abo da lassen